So, da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat sich gebessert. Ja, tatsächlich. Es geht wieder. Aber die Punkte, die wir vergeben haben, sind tatsächlich noch drin. Okay. Immerhin, immerhin, immerhin. Wir haben jetzt einen OP-Trike. 200 Baum, äh, mitteilbaren, what? Also haben wir einen kleinen Boost bekommen für uns auf jeden Fall hier. Ich verstehe es nicht ganz, aber naja. Müssen wir, glaube ich, auch nicht, ne? Some may call it cheating. Na, exploit oder naja, wie auch immer. Ich sollte vielleicht mal Schuhe und Handschuhe herstellen. Wir sind es vielleicht nicht mehr ganz so kalt. Paar nur noch Fiber dafür, ne? Fiber, Herstellung, Rüstung, Stoff. So. Oh, okay. Dann machen wir ein paar Gegner platt, wa? Ein paar andere Dinos. Brauchen Keratin und so vielleicht nochmal. Gegen den Bronto, okay, das werden wir nicht machen. Der wird definitiv zu stark sein. Das wäre Töricht. Töricht, zeige ich euch. Run, like the little bitch you are. Dodo. Okay, ich werde mir ein paar Narko-Barrys besorgen. Oh, was? Was brauche ich denn für eine? Okay, ähm. So. 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 So, alles aufgeteilt. Ähm, es kam nämlich eben noch ein kleiner Patch, deswegen, also 290 MB oder so. Ähm, deswegen geht's wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit dem Endlosleveln, aber warum auch immer das auf einmal aufgetaucht ist, verstehe ich nicht ganz. Naja, jetzt haben wir wirklich ein OP-Tier hier, also, sonst für die Verhältnisse der Map. Oh, da war ein Dodo zwischen. Kann ja keiner ahnen. Da war auch ein Dodo. Püp, 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 okay. Und hier noch mehr. Das fühlt sich relativ sicher auf, so ein Ding, muss man ja sagen, ne? So, hier soll es wieder Richtung Stand gehen, oder? Irre ich mich? Ich bin mir nicht mehr sicher, ich hab die Orientierung verloren. Oh Gott, was ist das? Oh Gott! Okay, ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Ach, guck mal, da hinten. Da wird's heller. Also könnte es sein, dass hier... Wo ist das Vieh? Da. Da ist ein bisschen viel, oder? Bisschen viel Kram dabei. Naja. Ja. Hm. Hmm. Sehr viele Narcos haben wir jetzt. Also Narco-Barrys. Sehr, sehr viele. Ähm. Wir sind vollkommen woanders, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir sind. Das ist nicht unser Strand. Oh, Standbild. Oh, ja, okay. Ich geh mal da rum. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wo wir sind. Oh Gott, Terrorbird. Ich hab den noch nicht ganz erledigt, aber diese Geräusche machen mich fällig. Obwohl das vielleicht unser eigenes Tier war. Oh Gott, Terrorbird. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Ich merke nachts nicht in den Dings laufen, in den Wald. Wo ein Raptor ist, sind die anderen nicht weit weg. Jo, wie gesagt. Deswegen bin ich auch nicht abgestiegen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob hier noch einer kommt. Ähm, das ist alles so unbekanntes Terrain hier. Unruhigend. Oh, Level 1, wow. Ich weiß gerade nicht, was wir erledigen. Ich hab... Ich hab... Okay, irgendwie wieder die kleinen Viecher. Es wird hell. Juhu. Drei Brontos. Gut, dass ich hier nirgendwo raufgekommen hab. Könnt ihr mir den Weg sagen? Wo bin ich? Leute, wo bin ich? Ach, das ist ein... Nee. Ich hab keinen Plan, ey. Das könnte noch ein Problem sein. Achso, eigentlich müsste ich... Achso, dann ist da die Nadel. Also wenn wir da hinten durchgehen, kommen wir wieder... Raus. Hinten. Vielleicht. Hoffe ich. So. Ja, ja. Ja. Hinten. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Okay. so vielleicht haben wir glück und finden jetzt wieder unser zuhause ich baue so aus also redwood sieht ja schon mal ganz gut aus aus dem weg ausdauer mal kurz aufladen hier ich weiß nicht was das da hinten ist dieser balken was ist das aber nur nicht geladen um egal uns hier ja ich fange jetzt kein streit an zu spät na ja habe ich doch gemacht tja mit glück kommen wir bei der richtigen seite raus aber also lang ich weiß es nicht ich habe mal ne kleine tour gemacht das ist auch ok terribourg ein spiel ich laufe durch das ist mir zu unsicher muss ich sagen oh das sieht schon mal gut aus das sieht schon mal sehr gut oh gott noch ein spiel was alter hier sind wir jetzt hilft mir aber trotzdem nicht weiter weil ich trotzdem um gotten kanu es wird immer unsicherer hier immer unsicherer das ist der seite hier das ist ja sehr gefährlich sehr gefährlich bevor sie zu weiteren eskalation kommt deeskaliere ich mit gewalt auch so viele terribourg ja es ist es ist es ist es ist es ist es ist es und gefährlich hier ohne scheiß ich weiß ich habe keinen plan wo wir sind sollen